um mich das hängt immer wenn das einmal vorbei ist wenn man heute drinnen match gefunden eine runde frage ich habe ich wieder vergessen ich habe gepresst als wollte ich gerade ein kind aus meinem arsch raus so schnell warst du auch noch nie mit meinem strahl habe ich der war so stark daran hätte ich fast noch ein loch in die scheiß postladenschüssel gemacht das war die sowa und ich habe Das wir wirklich in letzter Zeit so oft verlieren, das war jetzt schon krass. Ich glaube, das war jetzt das zehnte Spiel in Folge in Ranked oder das achte. Also mindestens mal acht, sagen wir es mal so. Ich glaube, acht waren es schon locker jetzt. Boah, verdammt. Der Gegner Richard Asta ist nie gut. Weil das sind dann die ganz krassen Spieler. Ja? Ja. Braun, also schwangere Frauen benutzen die Abkürzung SS für Schwangerschaft. Echt jetzt? Und sowas wie KZ für Kinderzimmer. Ne, echt jetzt, Alter, what? Ja, ich habe auf TikTok so einen Post gesehen, äh, was, ach, du was. Kauft mir das jemand? Auf TikTok so einen Post gesehen. Danke sehr. Danke. Alles klar, ja. Warum auch nicht? Wo wollen wir eigentlich hin? Ah, den Spike? Ah, der sich hat den Spike. Ich bin dann mal weg. Lade nach. Hallöchen. Wah. Wir warten auf dich. Wo sind das, glaube ich, den Zweig jetzt hingesetzt? Scheißen. Hier. Es tut mir leid. Doch, bei der Kiste gut. Ein Gegner übrig. Geschützturm stich. Hier. Hi. Ja, moin. Waffe hier. Gut, ich gebe es zu. Das war cool. Gut, Frenzy. So, dann rushen wir mal. Ah. Ja, okay, alles klar. Frenzy, äh, ne, doch, die Giftwolke kaufe ich auch schon mal ein. Und eine kleine Rüstung. Ich gehe da hin ganz schnell. Ja, wir müssen halt nur darauf achten. Muss los. Weil die Sage hat den Spike hin und wer weiß, wo die überhaupt hingeht. Ich bin ein Spike. In ein Luft. Hör, ich mach, erst mal. Ich bin ein Flug. Hoh, ich. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Gut. Jetzt können wir an den Gegner spawn gehen. Ja. Gegner beines, Louis. Ja. Mach den. Orde, du gehst einfach onsdruck. Sonde so. Jetzt. Isaac. ein gegner übrig hier hat die anweisung verstanden mit der russischen sport ja gemeinsam weil ja sie hat es gemacht es tut mir leid ich hab champion ich hab die champion wir haben theoretisch drei champion wir haben alle champions die sollte zu mir rüberkommen ich hätte hier nämlich eine line-up machen können egal was oft die ddw hat da gerade ihre fähigkeiten ja genau das war nummer eins und jetzt kommt doch der alarm bot oder meistens jedenfalls kommt der alarm bot dann junge ok die stand da mit der mit der stadt schrumpen was war denn mit dem omen die heide kugel ist perfekt gelandet obwohl die eigentlich irgendwo in die ballerei geflogen ist was einfach nur gesprayt und du hast dir ein handy verpasst willst du meine set phantom oder würde jetzt das gerade ging an den das das ist überhaupt gerade eben dann doch so ein kill machen konnte ich habe so schiss bekommen ich komme mit dir ist selbst ich hole mir mal und 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 Pass auf, von innen kommt der Winner! Unkomplett verarscht! Wir haben den Zweig auf A geplantet! Oh, das war, das war ne gute Wall Ich hab die, ich hab die Rayna getroffen Nein, 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 die Kitsche Scheiße Okay, ja, die gegnerische Waze mit ihrer Jatsch, alter. Okay, ähm... Ah, die Sech hat immer den Spike. Habe ich nämlich gesagt, lass A pushen, ich ult rein. Gut. Oh, ich muss immer noch leiser machen. Nice. Nicht so nice. Wunderbar. Ich bin euch auf der Spur. Wir haben ne Viper. Spiel immer in der Viper-Ult. Ich bin in der Viper-Ult. Du bist die Viper. Um, 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 um. Um? Hast du den nicht gesehen? Nee. Welches Roboter du für die Eingang? Äh, gelb. Du hast voll deine Füße gesehen. Aber egal. Wir haben trotzdem immer noch den Win-Gold. Ich hab den nicht teleportieren hören. Scheiße. Ich dachte, du siehst den. Der stand halt hier oben. Du hast deine Füße gesehen. Nee, nee, ich hab mich so auf unten konzentriert. Weil hier unten die Sky kam. Die Sky hab ich ja dann getötet. Ich hab mich übelst auf unten konzentriert. Ich hab nicht damit gerecht, dass der Omen sich ja teleportieren kann. Daran hab ich in dem Moment natürlich nicht gedacht. Weil ich einfach dumm bin. Oh, du wirst so von der Nade gefickt. Der steht... Ja, das war's. Warum ist das Rejet so weit hinten? Bei denen Spike, die Killjoy. Das ist eine Ehre, dass wenn ich gut wiederbildet werde. Meine Wall geht runter. Oh mein Gott, wo setzt denn die... Wo setzt denn die Killjoy den Spike hin? Ach du Scheiße. Guckt mal, wo die Killjoy den Spike hin gesetzt hat. Also... Oh... Ich hab da... Keine Lineups höher. Egal. Ja, ja. Ja, ja. Die kommen nicht, dieselben. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Schützturm zerstört. Hier. Ein Gegner... Nice. Schön. Was hast du denn Ace gemacht? Krass. Jan. Ja, was? Ich wollte gerade nur sein, weil Messer leuchtet. Waffe leuchtet. Ach, hast du auch das Champion Knife? Ja, ja. Weißt du, ich wünsche mir wirklich, dass sie noch irgendwie eine Pistol dann als Champion als nächstes Mal machen. Stimmt. Damit du halt eine leuchtende Pistole noch haben willst. Oder eine Classic einfach. So richtig. Sheriff. So, pass auf. Oh. Nice. Ich wollte die Race jagen. Deswegen habe ich nicht abgecheckt. War ein bisschen creepy. Also, falls du das deswegen jetzt gerade gesagt hast. Ja. Hast du die Race bekommen? Nein, nein, nein. Ich habe nur die Wanner gekriegt. Was? Ah, die Race. Gute, die Race ist trotzdem gestorben. Moment mal. Ja, das steht 7-0. Ähm. Keine Bank. Ähm. Ich mache jetzt eine Line-Up hier für uns. Ich gebe dir mal den Spike. Nein, nein. Wir gehen nicht hin. Die wissen, dass ich schon da komme. Die erwarten mich inzwischen von da. Also, aber trotzdem B gehen oder wie jetzt? Oder was jetzt? Hm? Geschützturm steht. Upsi. Blockiere die Sicht. Toxine treten aus. Nimm nach. Schütz mich. Plastiere noch. Zwei, verzieher. Schützüber ankommen. Die Sphäre aktiv. Weg mit dir. Deaktiviert. Meine Ult ist bereit. Gegner bei B gesichtet. Ein Gegner übrig. Meine Ult ist bereit. Ich habe keine Chance. Nein. Aber siehst du, bist noch am neben. Ich habe einfach komplett B zugemacht. Ja, das war nice. Das ist, weil ich den Spike hatte. Da hatte ich schön Zeit, erstmal meine Line-Ups zu schmeißen. Okay, wo wollen wir hin? Das ist jetzt die Frage, ne? Wieder? Hast du die Opfer wieder geholt? Nein, ich will die nicht. Hol dir den Ult-Punkt. Oder... Oh, scheiße. Du hast hier noch Gold. Nice. Nein, danke. Oh mein Gott, du hast mir meinen Arsch gerettet. Oh, du bist der Beste. Okay, dahin. Wo hast du denn Spike? Ein Gegner übrig. Ich heile dich. Gegner bei Wege. So war es ein Herz. Ich bin ein Berg. Wir kämpfen bis zum Ende. Astra und Wraith Reporten für AFK. Und die Astra hast du gesagt? Mhm. Oh, scheiße. Die Wand an. Nein, no Scope. No Scope schießt sie mir ein. No Scope. Ich pack's nicht. Hier. Gegner getötet. Meine Ult ist bereit. Ich gehe her übrig. Äh. Hier. Alarm-Boss steht. Du bist noch nicht fertig. Nein. Wow, ich muss die Stifel festhalten. Okay, okay. She's right here. Okay, okay. Satziert den Spike. Geh gucken. Geh spawnen. Geh spawnen. Die Zapfeiern. Ja. 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 Das haben die so nicht verdient. Wir töten sie, bevor sie uns töten. Ja, wir haben die so oder so rasiert, also. Ja, trotzdem. Wir haben die aber schon die ganze Zeit rasiert und jetzt, ja. Wir schnüren ihnen die Luft ab. Los, los, los. Gegner, ein Verteidiger spawnen. Push einfach raus. Und? Ooh. Ah, sie ist, äh. Sie hat eine Reckiste gegamet. Oh. 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 macht sie es macht sie es denkst du dass Sky schafft nicht den letzten kill? sie kriegt gleich ein facefuck von dem vogel nein nein ich meine dass Sky den kill macht ja nein wie sie auch noch sorry sagt letzte runde in dieser hälfte egal ich habe meine leute an Waffen noch ich war spawnt bis es fair ist hier geschützt um Bist du noch in deiner Ult? Nein. Geh in deine Ult! Warum? Warte, bist da noch in deiner Ult? Ja. Aber ich sehe nichts. Jetzt ist scheiße, jetzt ist sie weg. Letzter lebender Verbündeter. Ja, deshalb in deiner Ult. Ich bin euch auf der Spur. Ich wollte Lineups machen, Fabian, deswegen... Was? Wenn du ultest, bleib in deiner Ult. Das ist halt... Eigentlich so Dings. Immer in der Viper-Ult spielen. Da hast du die besten Windschossen. Ähm... Warum das ganze Team? Ist ja Schwachsinn. Nicht euch ganz lieben, aber du zumindest als Viper. Also zwei Leute sollten mindestens in der Viper-Ult spielen. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt nicht das gemeint, Fabian. Die Rainer hat gerade gesagt, die soll das Team reporten. Ihr Team. Aber warum? Der oben in die Sky spielen ja noch. Oder trollen die? Nein. Nein. Vielleicht sind sie Pazifisten. Ja. Vielleicht sind sie Pazifisten. Ich bin so schnell hinter denen. Ja. Gegner bei B. Gegner bei B. Gegner bei B. Hol sie dir. Spike bei B gesichtet. Ein Gegner übrig. In deiner Ult. Was? In meiner... Hä? So gerade gesagt, in meiner Ult. Wo hat er oben hin teleportiert? Der Spike ist hier. Wie sehr die Neufen sollen. Verteidiger gewinnen. Verteidiger gewinnen. Unverdient. So unverdient. Ja, wir hätten das so oder so gewonnen. Das ist das Ding. Guck mal, wir standen 10-0. Ja, aber es fuckt halt trotzdem ab. Ja, klar, fuckts ab. Aber wir standen 10-0. Hätten das so oder so gewonnen. Ja. Die zwei einfach reporten und... Hab ich schon, hab ich schon. Ah, das ist easy. Oh. Ich guck mal, ob ich was zu nem neuen Bundle finde. Spiele... Muss ich machen. Zehn Stück und Ult einsetzen. Okay, das nächste wird ein Luna-Bundle. Ja, ich hab das Bundle schon gesehen. Wieder so ein komisches Knife. Das hat mir nicht so gefallen. Hab halt nur gehört, die Anhänger sollen geil sein, weil... Diese zwei Häschen-Anhänger, wenn du wohl schießt... Ähm... Verändert sich die Mimik von den Häschen. What? Ja. Wo ich mir vielleicht nur die Dings... Die Anhänger... Ja. Okay, nach acht Spielen mal wieder ein Win. Das... Das tut schon weh. So oft zu verlieren. Überleg mal, ich bin von Bronze drei fast Silber eins. Von Bronze... Von Bronze... 85... Auf Bronze... 2 80 runter. Also über 100 Punkte. Ja. 105 Punkte. Und jetzt wieder hoch. Tja. Baut ja auch! Da geht's ihm! Ich lasse mir Zeit mal umpicken Ja, mach euch Absolut Vodka Who are you playing, my friend? Can you play the smokes? Is this possible? Relax, ich hab alles im Griff Ah Konnichiwa, absolut Wer sagt das die ganze Zeit? Wir haben gemutet, du weißt Ich mach den gleich, ich entmute den gleich wieder und mach den leiser dann Und wenn der nervt, mach ich den einfach wieder ganz aus Ich bin schon ganz aus, weil der mich nervt Er ist halt übertrieben laut Icebox, meine absolute Lieblingsmap Würdest du es cool finden, wenn es Orks und Elfen hier gäbe? Als Agents Nein Ich auch nicht Weil es wird einfach nicht zu relevant passen Zu lol ist das was anderes Aber zu relevant wird das definitiv nicht passen Da wären ja die Roboter halt geil dann Ja Ihr könnt das Mädchen aus Salvador holen, aber das Mädchen nicht aus Salvador Unt retract das Mädchen gehen Ein Moment ich habe den spiked die Jett Spice in A. Top den Spice. Ein Gegner ist... ...dass waren drei. Zwei stehen. 60er Pfeifer. Robo kommt zurück. Niemand stellt sich uns mehr entgegen. Decke ich mich auf. Behaltet sie im Auge. Haben wir... Ne, okay, wir müssen um die heiße Kartoffel spielen. Weißt du, was das heißt? Ja, keine Blinds. Nein. Zobar hat eine Waffe. Zobar hat schon viel gekauft. Ah, okay, verstehe. Wenn er stirbt, müssen wir die Waffe übernehmen. Das heißt, einfach losspielen, bis er stirbt. Einverstanden. Ich hab den Spike, wollen wir B bespielen? Okay, das ist safe. Oh, so war das. Ist aber nicht so schmago-tastig. Direkt links. Direkt links. Nice. Nice. Oh, nice. Ich hab den Spike. Oh, der, 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 der dreifach klickt tut so weh. Okay. Jetzt erleben der Verbündeter. Was macht ihr? Vipers. Okay, ich hab die HP. Ich hab sie was. Bullshit. Okay, jetzt haben beide Gegner Waffen. Also die, die Viper hat ja schon eingekauft. Was hattest du? Gar nichts. Also, äh, eine Ghost. Also. Aber keine gekaufte Waffe. Die Ghost habe ich kosten. Ja, das haben sie einen Bulldog. Von, Bulldog bekommen? Von, vom, vom... Hätte nicht einkaufen sollen, der, der so war. Und wird nicht mit dem mitgehen sollen. Nee, das war ganz okay. Nur halt, dass unser Duellist hinten bleibt. Nicht nur ein bisschen hinten. Nein, der bleibt ganz hinten. Scheiße, du Duellist-Spieler, die kein Duellisten spielen können, Alter. Ganz ehrlich. Ja, wie ich zum Beispiel. Außer vielleicht mal Phoenix, wenn ich richtig Bock drauf habe. Ja, aber dann gehst du wenigstens rein. Ja, das stimmt. Das ist das Ding, du bist halt zu sehr an nicht Duellisten gewöhnt. Ja. Ich spiele halt lieber die, ja, die Controller und die Sentinels. Äh. Zu sehr an. Jamon, wieso hat ein Waste den passieren lassen? Platziert den Spike. Wieso hat Waste... Wieso hat denn unsere Waste den, den Chamber... Ich denke, ich sehe auf der Karte falsch. Was? Oder bin ich, bin ich, bin ich blöd und die Waste war da, wo du jetzt gerade bist? Hier. Oh mein Gott. Da hat jemand einen Operator. Ja, du kannst zum Notfall auch noch, ähm, durch die Waller schießen, durch die Wand. Oh Mann, ich hätte besser drauf achten sollen. Wo war denn bitte die Operator? Also, das war doch nur eine Op, oder? Wir haben beide den Operator gehört, oder? Ja, ganz sicher. Die Kugel, die dir durch die Wand an deinem Kopf vorbeigeflogen ist. Das war der Schuss, ne? Ich bin froh, dass er mich nicht getroffen hat, ganz ehrlich. Ja, das finde ich auch. Äh, kann ich dir den Spike geben? Weil ich kann dir nicht so weit vorgehen. Ich bin beim Tirret. Mist, 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 sind alle tot. Er spielt Odin. Wer, 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 wer? Von hinten kommt gleich jemand noch. Darf ich mal Turret stehen? Quatsch, OT. Quatsch, OT. Quatsch, OT. Oh, you're gay, bro. Unlucky. Vergesst nicht, eure Waffe ist nur ein Werkzeug. Nicht nur schießen, sondern auch euer Hirnleinschein. Oh Gott, gar kein Geld. Irgend sollten wir salven, aber ich spiele nicht viel. Wir müssen salven. Ich spare. Ich habe den Spike. Wir probieren nochmal arm. Ich gebe dir nochmal den Spike. Ich habe den Spastard hinterher. So. Ich habe Bruchpult. Deaktiviere ich jetzt mal. Ich gehe noch einen Spot. Geh an den Spot. Geh an den Spot. Geh an den Spot, hast du jetzt weich. Bewegt. Schicke Drohne, Loh. Mist, keine Mist. Platziere Nanosbar. Platziert. Kommst du mit zu mir hinter? Nö. Ich guck hier, weil hier sonst keiner hinguckt Von den Spasten Nice, nice, nice Ich krieg hier irgendwo noch ne Waffe rum Nice, danke No joke, die spielen Odin Nein, ich hätt ihm nicht ein Spike geben sollen Oh nein, er will auch Mitte gehen Ich mag Mitte nie, Mitte funktioniert nie Es hat fast noch nie Mitte funktioniert Los geht's Na doch, du musst nur richtig spielen, wenn alle mitgehen Auch das hatten wir schon Wenn du spielen willst, spielen No one follow me? Okay, yeah, don't follow me Okay, wieder ein taktischer Rückzug Why would you all follow me? It makes no sense Okay, der geht oben lang Hier ist safe Nice Oh fuck, 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 fuck Das ist schon ein Spot Platzier, meine Ulf hoch mit dir Platzier den Nagelspann Frobo zu mir Gegner bei B Can you give chrome shelter? Hello? Letzter lebender Verbündeter Beide haben uns 26 Richter Ah, fuck, meine scheiß Meine scheiß Meine scheiß Maus hing Meine scheiß Maus hing Meine scheiß Maus hing Sie sind ziemlich gut Alter, ich schmeiß Ich schmeiß diese Ich schmeiß diese Maus irgendwann so gegen die Wand Meine Güte, ey Und ich mach den mal leiser, der ist ja extrem laut Warte, lass, lass gehen, lass gehen, lass gehen Ich mein, Tirit steht da Nice, 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 nice Oh, nice Oh, nice Oh, die Dinger, Alter, man Umgeben von meinen Freunden Wir gewinnen Äh Oh, mal ein bisschen leiser machen Alter, die wollen halt schon wieder da sterben Kommst du? Äh, ja Ja, ich hätte ihn ausweichen können, aber ich war in dem Moment im Menü Er kommt Nice, jetzt müssen wir pushen Hast du Ult? Ja, aber ich trage dich nicht gut Oben Oh, ein bisschen Oh, ein bisschen He's saved Robo zu mir Robo kommt zurück Wo war die denn? Wo geht's? Keine Ahnung Mach einfach, was bisher geklappt hat Die ist aber beide an der Operator verreckt worden, Alter Ja Und deine Ult war richtig geil Die Jet ist da aber irgendwie durchgekommen Ohne Nee, nee, die Jet wurde getroffen Die Jet und die Nee, die Jet wurde nicht getroffen Ja, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Kann ich's mal verraten Der K.O. frisst das nicht nochmal Fuck, Mitte ist ne Op Mitte ist ne Op Mitte ist ne Op Platziere drauf Platziert Platziere drauf Platziere drauf Platziere drauf Platziere drauf Nice, nice, nice Ich habe uns hier noch Irgendwie ne Wendel Sehr schön Ich hab ne Op Fabian Ich hab ne Op Ich hab ne Op Hier Gönnt ihr Ah, will ich ein Ist die Frage Dann gibts sie mir wieder Ähm Frenzy runter So dort schmeiß ich von der Map runter Nee, 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 nee Ich spiel die jetzt Ich hab nur ne Frenzy gekauft Ich vertraue nämlich keinem unserer Teammates mit ner Operator Könntest du ein Auge schmeißen gleich Aber doch noch nicht Warte, 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 warte Jetzt Schmeiß eins Ok Nein, ich wollte da hoch Nein, ich wollte da hoch Aber die Op kriege ich jetzt wieder nicht Da hab ich mich nach oben geschmissen Da hab ich mich nach oben geschmissen Doch niemand ist gegen Angst Nochmal Nochmal Äh, ja, aber diesmal hab ich halt keinen Keine Snips Ok, nice Ok, das hat schon gereicht Einfach nur Hütten Ich ulti jetzt A Wir müssen durch die Smoke Oh mein Gott, ich war im Gift Scheiß, die waren dann Einen hab ich Aber die werden beschützt Minus 40, ähm, weiter Super Hat den Kill echt schön Ist auch gut Wo war die, wo ist die Race lang gelaufen, weißt du das? Nein, 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 nein Weiß ich nicht Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen Wir bleiben hinten KO Knife Ja Wir warten bis der Knife raus ist Ja Mein Tirut Würde reagieren, wenn der KO den Weg gehen würde Ja, jetzt können wir Pass auf Willkommen in meiner Welt Die hat B, glaube ich, geultet Pass auf, check die Kornas Nicht, dass da irgendwas nachher rumgammelt Oh! Ok, du von der anderen Seite Ok Ja Nice Alles safe Oh nein, sie tötet alle von uns Oh nein, sie tötet alle von uns Spiel du safe, ich füll die Knifen Schade, dass sie geguckt hat, ich wollte die Neifen gehen Ja Seitenwechsel Komm, lass das am AD fänden Mein Kücher ist nie voll Als nächstes Mal, kaum gehen die mit uns Die zwei Dullisten Wie easy wir den Spot pushen können Ja Gut, die letzte Runde sind die nicht mit uns größer, aber haben die in der Mitte abgelenkt Aber trotzdem Du weißt, was ich meine Wird nicht ernsthaft ein Updraft verbraucht, nur um... naja, kannst du gar nicht Gut Das gute ist, Soma kann da aufdecken, ich kann hier aufdecken Ja Kein Verständnis Zwei markiert Hier hin Da ist's Spike ist hier Spike in A Spike bei A gesichtet Kein Verständnis Kein Verständnis Wir müssen Mitte halten Ja Fuck Ah, wie kam der Chamber da hoch? Der kann seinen Teleporter machen Den kann er da oben hinsetzen Echt, das geht? Ja Letzter Leben der Verbündete Das hat die nicht gemacht, alter Ah, der ist hinten, der ist da, ja Ah, der ist hinten, der ist da, ja Mach sie aber nicht mehr Nicht Auf der letzten Sekunde, ah nicht, nicht mal auf der letzten Sekunde Aber ein schönes Ace von der Jet Muss aber noch ein Assist geben, oder? Ja, bestimmt Geschützturm steht Machst du Mitte? Ne, ok, ich nehm meinen Turret nämlich hier weg Robo zu mir Handy etwa? Platziere Tom Kann einfach Eisboxen Ich, ich kann es einfach nicht Einer markiert Kegner bei A gesichtet Kegner bei A gesichtet Stimmt ihr, die hat eine Runde gewonnen? Ich hätte noch ein paar Reads von den Ace Ja Oh, holt sie euch, holt sie euch, holt sie euch Raze ist mit ner Nate und dem Boom-Bot gestorben Ich dringe in ihre Gedanken ein Finde ihre Schwäche Erklär mir wie Äh, keine Ahnung, nein Weiß ich nicht Sind wir alle hier? Really? Keiner in der Mitte? Wir zu viert A? Ja, und jetzt Jetzt kommen sie nämlich eh mal wieder Mitte oder B? Mitte Oh, scheiß Und B Robo zu mir Am Boden Ich defuse, ich defuse Oben, oben Nice Und ich hab noch ne Wernöl gekriegt Ohne Witz Wir können das so schon Guck mal, ich bin ein Agent Den ich nicht kann Ja, ja Wir spielen das auch schon runter Wie kann das sein? Dass die Raze trotzdem 612 steht Geschützturm steht Oh, Alter, die Pips Hat sie was gesagt? Unpacked Wieder hier, Alter Naja Hast du einen durch passieren lassen? Hast du noch einen gehen lassen? Ja, du hast noch einen gehen lassen Shit, die hab ich nicht gesehen, sorry Ja, alles gut Ich hab jetzt auch vor lauter Aufredung einfach keinen einzigen Schuss getroffen Gut, du auch so den Karola hab ich noch getroffen Ja, sorry, ich hab nur die Raze gesehen und dachte, komm, die lass ich erstmal im Leben Bis ich noch mehr Intel hab und dann hast du gefragt, wegen dem Patienten hab ich geschossen und deshalb dachte ich mir, okay, scheiße Jetzt muss ich da weg Oh, die Jet war noch unten Entschuldigung, passiert halt, und? Geschützturm steht Ah, ich seh ich Probo zu mir Keine Ladung mehr Also wenn du's hochschaffst, hast du, äh Ich seh ich Hast du, äh, einen Doppelschutz Doch Oh Gott Das ist dann definitiv jetzt ein Doppelschutz Alter Die Viper Die Viper wohl hat mich genau abgeblockt, dass ich nichts gesehen hab Du siehst ja Willkommen in meiner Welt Ich sehe nichts Nein Spike platziert Ich find's weird, dass die Jet trotzdem noch real passive benutzen kann, wenn K.O. sie suppressed Ja Ich hab nur auf den Aufklärungstfeifen so weit gewartet Waren noch 4 Sekunden, oder? Und 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 Gar keine Acht gehabt. Nee, theoretisch alle eine kleinere Runde machen. Ich mache eine ganz kleine Runde und verschwende keine Fähigkeiten, weil dann habe ich nächste Runde meine Operator. Nee, ich gehe nicht Operator. Ich habe eine bessere Waffe auf jeden Fall. Wenn du spielen willst, spielen wir. Fuck. Voll hoch, voll oben. Ich bin der Jäger. Ich wollte gerade sagen, kill für mich, aber der war über mir. So ein Scheiß. Ähm... Ach, die wärst du schon durch. Okay. Ohne, wir können... Die, die Nate von der, die Nate von der Race, die ist hier hinten in die Ecke geflogen. Ja, da hinten in die Ecke. Wir hatten da, sie hat da hingeguckt. Da war niemand. Warum wirft sie da eine Scheiß-Nate hin? Ja, große Frage. Nächste Frage. Auf jeden Fall gehen sie meistens immer A. Ah, das heißt, ich spiele jetzt mal eine Runde safe, legge hier meinen Setup-Pim und Ulte hier, weil sie A kommen sollten. Ich verpiss mich jetzt dann erstmal. Ich schmeiß meine Scheiß-Kugel und renne. Ich muss was in die Luft jagen. Alarm-Bot steht. Gut. Ah, wie erwartet. Ich hab Mitte. Die bespielen A. Dann sollen sie mal bespielen. Die Viper ist oben drinnen im Nest. Die haben halt da drin gucken. Man, der Chaot hat mir leider einen Flicky gegeben. Dann wäre ich noch am Leben gewesen. Er hat mir einen Flicky gegeben. Okay. Wir holen auf. Geschütz zum Stiff. Stiffen wir etwas Chaos. Nein! So, jetzt nochmal verpissen. Wir holen auf. Ach, Türmchen kaputt. Hab dich. Gegner bei A. Nanoschwan raus. Geht in Deckung. Steigt platziert. Gute Nacht. Gegner bei A. Ein Gegner übrig. Nice. Ich wollte ihn gerade pushen gehen. Nice. Hat der Operator gesaved. Geht's mit Operator saven. Wo ist er denn? Ja. Danke. Ah, jetzt ist er schon. Er ist jetzt. Ich wollte sie einfach nur gesaved haben, dass die halt, äh, wir geben der jetzt eine Chance. Der Scheiß Operator. Ganz ehrlich, Alter. Aber der hat sowieso genug Geld, dass er sich noch einen Operator kaufen kann. Ja. Aus dem Weg. Ah, fuck. Ich hab, fuck. Nicht darauf geachtet. Also, wieso, wieso pusht denn unser Team auch? Oh, das war jetzt dumm von mir. Bitte? Wir beide und ich bin schon Hit jetzt. So ein Abfuck. Pass auf, das ist ein K.O. Da ist ein K.O. In der Nähe. Nice. Wo? Da war noch ein Jet hinten dran. Da. Wollte ich da jetzt? Nein. Oh, ich war fiss. Ich war wieder. Tschüss. Das nächste war Pistole, Jan. Daran denke ich einfach nie an die, an die Knarre. Ja, Seb, hast du die Pistole? Bist du die nachgeladen? Dann hast du die Pistole draus und schon dreimal gefacefucked. Was? 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 Warte mal ganz kurz. Ich könnte den Sofa kaufen. Wir müssen nur fragen. Ich meine, ich frage sie selbst. Ach, scheiße. Was ist denn da schon on Spot? Was ist denn mit meinen Kopfhörern los? Was ist denn da mit meinen Kopfhörern los? Nein. Nein. Granate! Ladung raus! Also mit den Blastpacks kannst du doch schon mit sich umgehen, was man wirklich sagen. Kannst du das? Ja, das kannst du auch, glaub dir. Weißt du, was passiert ist? Weißt du, was passiert ist? Weißt du, was passiert ist? Ich treffe den, den KO mit meiner Marsche, ja. Körperhit. Der, er piekt, ich schieße, ich treffe nicht, er piekt. Ich hätte getroffen, aber er ist gesprungen und er ist über meinen Schuss drüber. So, wieder hier, ist ja klar. Die kommen nur, ja, die kommen nur A. Ein Gegner übrig. Nein, der hat auf mich konzentrieren, deshalb konnten die Racer in Easy können. Ja. Aber siehst du, kaum camp ich mal in dieser scheiß Ecke. Kaum camp ich mal in dieser scheiß Ecke. Mensch, nur noch ein Kampf, Leute. Wir schaffen das. Die Viper kommt immer hierher und fändet hier oben. Ja. Mensch, hör auf, bei mir vorbei zu rennen. Geschützturm steht. Wenn du spielen willst, spielen wir. Wenn du spielen willst, spielen wir. Oh. Ah ah. Den Wind müssen wir jetzt holen. Wir teilen sich auf. Gut, der Chamber ist tot, keiner Chamber ist. Jet ist tot, gut. Ja. Minus 39, die Viper. Nice. Nice. Das hat, das hat uns jetzt Sieg gebracht jetzt. Ihr seid hilflos. Das bringt dem K.O. jetzt ein gar nichts. Nice. Der verrät er noch, wo er steht damit. Vertreiber gewinnen. Match MVP. Match MVP. Ich war Bottom-Four-Gader, habe aber die meisten Assists, glaube ich, mit 10 Assists. Ich muss lachen, hat Cola an der Nase. Aber das, das, das tut natürlich weh. Trotz, dass ich 10 Assists, also dass ich kaum Kills hatte, aber die Assists haben mir auch nochmal ordentlich Pluspunkte eingebracht. Ah, widerlich, Alter. Oh, das hat, dass wir das dann noch so gut runter gespielt haben, so schön bespielt haben. Auf Icebox, meine, meine absolute Hass und Schwäche Map. Ich hoffe, es schmerzt Fabian. Das habe ich eigentlich so im Shop. Es gibt eine Spectre-Ion-Ding ins Kitchens. Stimmt, ach ja. Die sind ja aber neu noch. Äh, wenn du kurz... Wir warten noch, am besten gerade die 3-4 Minuten. Entschuldigung, was hast du gesagt? Wir warten noch kurz, dann aktualisiert sich der Shop. Ja, eigentlich kannst du ja trotzdem schon mal starten. Eins mache ich noch. Und, äh, danach können wir immer noch... Ich glaube aber jetzt noch... Ah, nein, ich will sie aber jetzt sehen. Vielleicht habe ich dann eine neue Waffe für das nächste Match. Ah, du Gierschlund. Jetzt, jetzt komme ich ja... Jetzt... Ne, ne, ich sag nichts. Ich will's nicht jinxen. Jetzt kommt die Z-Phantom. Und ich hätte gerne einmal bitte die Uni. Oh, wie viel Geld habe ich noch eigentlich auf dem Konto? Ich glaube, ich könnte mir die Uni sogar leisten. Ich glaube, die Uni hat ja nur so 1700 gekostet, ne, meine ich. Oh... Ja, ich glaube ein 7. Wie viel hat denn die Z gekostet? Die war teurer. Die war teurer. Ja, fuck. 2-2 habe ich gerade noch. Ich will mir keine neuen kaufen. Und ich glaube, die war... Also, die war, glaube ich, teurer als 2-2. Hm. Ich könnte mir jetzt die Ion Specter kaufen, aber das mache ich nicht. Komm, in der Zeit kriege ich mal ein Schachmädchen. Komm, in der Zeit kriege ich mal ein Schachmädchen. Ich habe einen Move gemacht. Was macht der Typ? Frag nach einem Unentschieden. Warum nicht? Ich habe es auch gemacht, ja. Ja, klar. Oder was machst du für Moves? Wir kopieren gerade unsere Moves. Ich kopiere den gerade komplett. Ich kopiere den halt gerade wirklich komplett. Wirlen sieht remontiert, aber du kannste nur 50 lenken. Was hat der mit? für Moves Daumenàiifiable anzusehen? Der muss so lost sein. Hä? Ey, was macht der? Ich kopiere den 1 zu 1. Der muss auch so inzwischen richtig confused sein. Ah, dachtest du, dachtest du, dass ich den nachmache? Bastard. Natürlich mache ich den nicht nach. Also mir fehlte ein Match und ich habe die Rainer für Ghost. Nice. Danach denke ich mache ich Sage und oder Jet. Die hatte ich nochmal gehabt, die hatte die grüne Classic. Und die... Hier ist es doch. Ah, der Sheriff. So, jetzt müsste der Shop hier neu sein, ja. Oh, nichts Besonderes. Äh, Neptun Spektrum. Die RGX Guardian. Dieser komische Fischfächer. Und noch mehr Bullshit. Okay, was machst du? Ernsthaft? Willst du es ernsthaft so ausspielen, oder? Willst du es ernsthaft so ausspielen, hä? Oh, wir hatten fast jede Map jetzt. Oh ja. Oh, Split? Hm? Was spiele ich denn auf Split, Alter? Ich gehöre zum alten Nice. Bei mir ist es klar, was ich spiele. Ja, keine Frage. Hör doch auf, meinen König zu attackieren, du Bastard. Hast du nicht auf Split immer gerne Joro gezockt? So auf entspannt? Ja. Ich meine, viel geändert hat sich an Split jetzt nix, dass es irgendwie nachteilfähig wäre. Hä? Achso, der Turm. Ja, Bastard, Alter. Und ich frag dann auch halt übermorgen, ob ich früher gehen kann, weil du ja nach Dria vier, äh, nach Dria erfährst und dann, äh, müsst ihr das ja noch hinhauen. Ja. Hast du vielleicht an dem Tag Zeit? Dann komm ich noch mit zu dir, wir gucken Failtale und danach Valuwind-Amt oder hast du was, äh, danach vor? Nein, eigentlich nicht. Also natürlich nur, wenn du willst, doch. Ich bin, wenn's ernsthaft, Bauern-Race, Alter. Bruder, was machst du? Also, sind wir jetzt in ihrer Welt oder sie in unserer? Nein, in ihrer, verstanden. Dieser ganze Multiversum-Kram ist kompliziert. Bruder, was machst du? Ich benutze grad meinen Bauern, um sein gesamtes Arsenal zu ficken. Will die Waste hin? Wow, die Waste ist ein Langschläfer. Die Waste ist ein Langschläfer. Ach, die Waste ist ein Langschläfer. Ach, die Waste ist ein Langschläfer. Wow, Alter, die waren ja, Alter. Die, ja. Ha, ich geh' um die Ecke. Phoenix, Sage, Killjoy. Alle an einem Spot. Ich hab' ich hab' keinen getroffen. Oh, die Waste hat fast, äh, fast ein Ace hin gelegt. Das war krass. Wir haben uns gut fern gehalten. Das war echt nicht schlecht. Gut gespielt. Oh, haben wir gut gespielt. Wollen wir nochmal, wollen wir nochmal Baby spielen? So, aber auf X, auf, glaube ich nicht, ah. Aber diesmal müssen wir ran, ich... Wir warten erst mal auf die Nate von der Waste. Ach, jetzt können wir alles steppen, Malta. Okay, äh... Diesmal pushen wir aber nicht. Okay, okay. Wir müssen jetzt schon den, den Spot saven. Haben die einfach schon ne Wendel? Alter, was hat... Nicht. Warum lässt Omen die... Jan, wir können nicht gewinnen. Weißt du warum? Jan, weißt du warum wir nicht gewinnen können? Ding, der Wendel. Nein. Ich bin gegen Sniperkönig Nusshop. Was? Sniperkrieg? Ich bin gegen... Ich bin gegen Sniperkönig Nusshop. Scheiße, ja gut, dann... Wenn dir was passiert, übernehme ich die Fälle. Dann ist das hier ein Loose. Okay. Aber das war schon mal eigentlich trotzdem ganz gut, was wir gemacht haben. Dass wir beide auf B waren. Gut, das war blöd, dass ich jetzt in Zweik hatte. Aber der oben hätte nicht gewartet. Das wäre so ein Problem geworden. Okay. Ich will dir ein Traum sein. Ich push uns. Okay, lass, lass pushen, 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 pushen. Vorsicht. Wart doch wenigstens, bitte. Vielleicht ab. Rainer und... Ding, es geht immer zusammen. Okay. Wo ist denn das Team? Wo kam mir denn das Team rum? Was ist das denn? Letzter Leben der Verbündeter. Hast du leider? Ja. Lass den Himmel leuchten! Molly! Da waren es nur noch zwei. Dein Gegner übrig. Und wir. Bleibt wo der Pfeffer wächst. Das fühlt sich richtig an. Schnappt sie euch. Hello it. Komm, lass A gehen. Ich smoke, ähm... Ich smoke und saveen. Und wie mach ich denn das? Ich mach uns Rampe. Das hier smoke ich uns. Und das hier smoke ich uns. Und dann pushen. Und jetzt pushen. Pushen, 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 pushen. Einfach pushen, 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 pushen. Kommt einfach keiner mit, außer wir beide. Ich schmeiß schon uns... Ich schmeiß schon mein Stimpack extra hin, damit alle hier ihren Boost kriegen. Und die Waze und die Sage gammeln noch am... Noch am Spawn rum. Ja, und tschüss. Bitte machen A-Service. Aber guck mal, wie gut ich abgesmoked habe. Es war doch alles so safe. Wieso haben wir ständig andere Duellisten, die von hinten spielen? Die nichts machen. Das mach ich jetzt von jetzt an auf. Ich mach jetzt nichts. Komm, ich mach auch ne... ne kleinere Runde. So, ich mach dasselbe jetzt nochmal. Nur ohne diesmal Stimpack. Weil das war eben ohne... Das war nur für uns beide wirklich von... von Nützen. Ja, Waze, du hast den Spike. Ich kann mir einer sagen, was hier passiert. Ich spiele so vorsichtig wie Raze. Damit wir mal sehen. Mach du das auch einfach ganz hinten spielen. Ja, ja, ja. Die Jakt beginnt! Jetzt wieder A. Leute, das... Warum braucht das... Was macht denn das Team? Keine Ahnung, ich spiele wie Raze. Spike, in Mitte. Noch 30 Sekunden. Hier drüben. Sind oben, sind oben, sind oben. Spike, in A. Noch 10 Sekunden. Sobald meine Rauchwolken dem Gegner die Sicht versperren, laufen wir los. Das kann so natürlich nichts werden, ne? Das kann so nichts werden. Wir haben in letzter Runde einen Kill gemacht. Und das war ich. Spielen wir uns ein. So, dead, dead. Okay, ich steck dich. Okay, okay, okay. Mitte, 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 Mitte. Ich lass euch beiden mal. Find ein Save. Also unsere Raze. Teleportiert dich schon mal da hinten. Oh, gut, auch nicht. Hast du die... Ah, sie hat sich geheilt. Spike in B. Ein Gegner. Krieg sie am Boden. Letzter Leben der Verbündeter. Noch 30 Sekunden. Oh, sie hätte über den Garten gehen sollen. Wäre so viel besser gewesen. Ist jetzt nämlich... Stage? Komm, let's go. Was macht die da? Nimm doch einfach den Spike und blend den Scheiß jetzt. Was? Sie sucht die Killjoy. Ich hab jetzt aber Ult. Lass nochmal versuchen... Lass nochmal versuchen, A zu gehen. Bitte. Ich geb dir den Spike. Damit er nicht wieder auf irgendeinem Spasten ist. Ähm, und bitte, pass auf. Letztes Mal war die Raze in diesem Area unterwegs. Die Raze ist immer hier irgendwo unterwegs. Ich smoke jetzt wieder ab. Ja? Alle drei Spots. Und du musst gucken, dass du die Raze findest. Nein. So. Hier. Kauft er nicht. Kauft er bitte nicht. Hier. Hier. So. Ich schmeiß den Pack alles wieder hin. So wie wir es kennen. So, let's go. Den Pack und jetzt rein. Brauchen Blind. Hinter der Werbetafel. Hinter der Werbetafel. Boah, ich hab hier 142 gedrückt. Schau mal die Raze, die letzte On-Spot, Alter. Hast du sie getroffen? Keine Ahnung. Kann ich mir nicht sagen. Ne, dann hast du sie nicht getroffen, weil ich sehe es nämlich schon. Ah, Quatsch. Ich sehe es ja deswegen, weil ich tot bin. Aber Mist. Ich hätte nicht sterben dürfen. Nice. Nice. Wo schießt der Omen hin? Oh, ja, das war's. Die Waze ist tot. Oh mein Gott. Du hast der Waze den Arsch gerettet. Die werden nämlich durch den Bot gestorben. Okay, nice. Nice, 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 nice. Wieso müssen wir zwei das Scheiß-Team-Carrying? Ja, keine Ahnung. Also die Waze gammelt da immer rum. Das ist immer A hinter der Werbetafel. Hinter der Werbetafel oder in dieser Ecke. Da war sie bis jetzt alle beide mal. Selbe nochmal. Ich schmeiß Stim rein. Wir pushen. Und ich smoke hier alles zu. Eingereucht. Stimpeck bereit. Nicht schlimm. Ich weiß, ich stehe nichts. Sorry, ich hab dich gekillt. Alles gut, nicht schlimm. Raid, come on. Ihr braucht zu lange. Siehst du, es war jetzt nicht schlimm, dass ich da rekt bin, weil die Waze hatte eh doch den Spike. Okay. Danach. Lass nächste Runde B gehen. Verdammt und die Waze hat der jetzt den Spike genommen. Oh Mist. Gut. So, diesmal komme ich nicht mit. Ich schmeiß nur das, was er braucht. Und jetzt müsst ihr mal ran hier. Go, 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 go. Go, 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 go. Alter, irgendein Stimpeck rum. Irgendein Stimpeck rum. Und es geht kein Schwein raus. Es geht kein Schwein on the spot. Jetzt geht die Waze nach 30 Milliarden Jahren. Was soll das denn? Was ist das? man das ist sehr unglaublich das ist unglaublich und die die westlich tod es funktioniert doch dass der spot funktioniert aber nein ich nehme jetzt bike zack wollen wir baby spielen rein da ich smoke uns turm oben zu und smoke uns hierzu da will ich aber auch zwei smokes brauchen das heißt hier wird offen sein hier werde ich nichts morgen okay alles klar let's go doch die smoke reicht die wird reichen okay dann machen wir es dann machen wir es so einfach durch ah die stand oben auf der wall okay was macht eigentlich unsere sage auf a ja ich denke mal das hätten los aber ein verdienter ja guck mal wo unsere sage auch so hinschießt okay weißt was wir auch machen könnten ich gehe jetzt noch mal bin nimm du den nimm du den spike ich smoke b mach n fake smoke hin mach steps ich bleib jetzt nur noch hinter der race oh da hättest du fast noch die rainer geholt nice ich schau mal den spike und bleib einfach nur noch hinter der race ja okay so können wir es so können wir es auch machen was ist das Problem ich hab halt halt ult und ja die line abhalten aber das dafür müssen wie muss ich es lebend zurückschaffen das ist bis jetzt nicht einmal passiert wenn wir da gegangen sind immer gestorben da mehr mache ich jetzt erst mal nicht jetzt müssen sie pushen 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 dann soll sie die dings fragen So, jetzt kann ich wieder richtig spielen Ah, fuck In dem Moment war ich am Nachlanz Hätte ich ihn getötet Ich hätte ihn getötet Kannst du für mich mal bitte auf Englisch In den Chat schreiben, frag die Waze Nee Du hast, also Du hast ja hinten nicht abgesmokt Ja Hier Ja, weiß ich Und deswegen wollte ich ja Wegen der Waze Wegen unserer Waze habe ich nicht abgesmokt Weil was bringt es mir abzusmoken Wenn ja die Duolanten nicht pushen Verstehst? Deswegen wollte ich sagen Kannst du mal bitte schreiben, frag die Waze Wäre ja jetzt ja kein Grund gewesen Sich irgendwie dann deswegen zu bannen oder so Der Oben soll da bloß stehen bleiben Ist eigentlich nicht schlecht Oh Mein Gegner ist bereit Nein Was? Das war ein Spaß Nee, ich schreib's nicht wann Nee, musst du Nee, nee Nee, nee War halt nur eine Frage Ob das was Letzte Runde in dieser Hälfte Krieg ich ihn bitte in Beute? Nein So, ich hab den Spike Ich hab den Spike Ich hab den Spike Letzte Runde? Oh, letzte Runde Wollen wir versuchen über Bitte, Bitch Wenn wir es zu B schaffen sollten Kannst du bitte da blenden Oder, oder da Nicht den, nicht den üblichen Spot Ich hab zwar für den üblichen Spot auch Eine Line-Up Aber Die ist schwer Dann muss ich an den Gegner spawnen gehen Der Phoenix kommt Die revive wirklich Ja, war letzte Runde Bleiben wir hier? Bleiben wir hier? Okay Schicke falschen Teleport Kann ich dich boosten? Hm-m Vielleicht die Ecke hier? Versuch mal Ich spiel das jetzt ganz langsam und leise Miss Miss, miss, miss Sie waren noch da, Mann Unser Team hat nicht mal irgendwie Unser Team hat nicht mal gefaked Die sind alle geschlichen Hä, lol Die Sage Ich erwarte, dass unser Team Geräusche macht Die Gegner rüberlenkt Was machen die? Die fliegen die Mitte hoch Die dimensionale Struktur hier ist schwach Ich kann sie durchbrechen Das war die Ecke heute an der Ich weiß, was wir hier Wir haben einen Schiff- 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 Wir sind hier Spike in B, letzter lebender Verbündeter Oh, schade Ausrüsten, aufpassen und dann rein da So, ich kaufe mal mein Setup, aber Mach jetzt theoretisch eine Ecke-Runde Also ich nutze auch keine Fähigkeiten Weißt du noch, das Match, wo wir doch Diese Sage hatten, die die ganze Zeit den Spike genommen hat Aber nie mit auf den Spot gegangen ist Da hatten wir einen guten Duolisten, aber da war dann halt Unser Sentinel nicht wirklich das wahre Einfach beilaufen, schießen Von hinten, von mitte, 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 mitte Schade Oh, du wurdest geneift Ja, ich hab ihn gehört Ich hab ihn gehört, aber ich hab mich umzutrennen Wenn ich mir gedacht hab, Hauptsache dann geht's schnell vorbei So, hier lohnt es sich eher, jetzt doch eine SMG zu kaufen Lenker Hä? Ja super, die Sage hat mich gekillt Ja Ja, schießen da doch unsere Kollegen hin Das gibt's ja nicht Ja, aber jetzt kommen die Blinds vom Fähigkeiten Willst du pushen? Dann schmeiß ich dir nämlich ein Stimpack, äh, hin Nö, nö, ich kämp' hier jetzt Okay Wenn du's steppst Wenn, wenn du's, wenn du's steppst Keiner ist mitte Rauch ist raus Ich smoke mal mitte Oh, sorry, jetzt hab ich genau in dem Moment gesmoked Weil ich dachte, komm, für dich ist es vielleicht besser Ja, oben, oben, oben Pass auf Jetzt bleibt's aber Spike in B Letzter Leben der Verwundeter Angreifer gewinnen Das hat das gegnerische Team schon verdient Wie kann man? Nee, ich, 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 nee, ich muss auch für mich aufzuregen Ja, das ist schade mit unserer Waze halt War halt blöd Und ich hab die, 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 die Dingens Die, äh, Ghost Geil Nein, 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 ich, ich bin raus Ich bin raus Ach, du bist raus Ja, ich muss ja morgen arbeiten Ach so Hm Hm Ja Also, jetzt ist noch gerne weitergespielt Junge, bin ich grad gut drauf So, ich mach jetzt die Sage als nächstes Ich zocke jetzt, sollst du mal reagieren Ja, alles klar Viel Spaß Hat auf jeden Fall doch schon gebockt Noch zwei Wins geholt Go, ist immer da los Aber ja Es lohnt sich, das Leute zum Abreagieren zu spielen Da kann ich nichts richtig ab Ja Ja Ich hab aber kein Spiel gerade zu sehen, indem ich einfach nur rumrenne und ficke Mhm Gut, dann mach ich hier auch mal Schluss Cyberpunk mit Mods oder Cyberpunk mit Cheats einfach Ich hab meinen gecheateten Account noch Oh ja Da steh ich einfach im Gegner, so 20.000 Gegner Die Polizei höchste Stufe Alle Mann kommen auf mich zu Ich steh da erst mit 10 Minuten, krieg keinen Schaden Okay Ich mach jetzt hier Feuerabend Aber